Hallo, mein Name ist Andreas Wirtz und willkommen zurück zu RimWorld Ideology und unserer kleinen Siedlung hier. So, spielen wir einfach mal weiter. So, was war da der? Na komm flitzen. Was ist das? Spiel von Wohle. Ich meine irgendwas betrifft. Okay, egal. Ah, so, was machen denn? Toni muss ich noch überzeugen, dass er zu uns gehört. So, was sagt der? 22 Prozent. Noch vier Tage. So, was haben wir hier? Altersumkehrs. Isoletta Wilde Styling. Es ist Isoletta. Ah, die hat das weg. Aber die Tante schläft kaum. Angewalt. Das ist das weg. Der die Tante schläft. Das ist das weg. Die Tante schläft. Und hier sind wir in den hohen. Okay. Kühn es ist eine Geschichte so wie sie das Problem von alleine kümmern es ist oder Konrad das ist ein die ... ... ... ... die mir was bringt der ist tot dann retten wir mal den, wer ist denn wach von meinen Leuten? keiner dann wirst du jetzt wach werden und den fangen wir und Isoletta will eine Seiländerung soll zu kriegen so, dann da da Methode gut Methode schlecht Messer schlecht okay, Frisur, Gesicht zu Ne, das sieht scheiß aus Sitzen Ja Machen wir es so Gesicht kriegt sie nix Körper dazu kriegt sie nix Kleidungsfarbe kriegt sie das akzeptieren Oder war einer? Nun ist er nicht mehr Was mache ich meine Nummer? Hasen, drei Schweine, habe ich zwei Pferde, will ich maximal zwei Ja das können wir so lassen So nochmal den saugen wir auch Tööö Das können sie mal sauber machen, ja Ja Das sind ja 47 So, dann machen wir auch hier erstmal eine Bekehrung wie bei dem da Ja 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 Sind wir ja grad dran So Können wir eigentlich immer dieses Verbindungsritual starten Hanno mal das nochmal mit einem der pflanzentechnisch unterwegs ist Ähm Ma Oder Die blaue Wachtel Ich glaub wir nehmen die blaue Wachtel Ne Blaue Wachtel Wollen wir mal sagen Da Ich glaub der ist Ja Der ist genug verdienst Ja Wir haben irgendwas geschafft Wunderbar Und dann wählen wir hier Die Die da Weil dann Können die da Dinge tun Und zurück zum transportieren Ah Was haben wir noch? Boah Okay Die sind mir egal So Tun wir mal den Wörtchen nach oben treiben Und dann Und dann Dann Da Wie Wot Eine Dan O E Untertitelung des ZDF, 2020 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 Eigentlich sollte er es tun. Wenn ich da jemanden anweise, das zu tun. So. Oh, da kommt es ein Viech. Die Schildkröte. Okay, der Schildkröte gewissen. Okay. Ja. Sandstein. So. So, wie geht es dem? 41%. Oh, wieso habe ich das aus Sandstein gebaut? So, erstmal das mal das Einmachende aus. Kalkstein. So, das ist alles mal rein. Geht mit Gott, aber geht. 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 Kippen oder ist noch Böden So let's add its mouth-witch now to mode issue 2. Let's just shake them up. 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 Bleib stehen. Let's shake them up. So. Warte mal. Die Dinger kann ich ausmachen. Und die Tünen ersetzen wir durch Elektroschall. Let's just shake them up. Oh. Oh. So. Wieso hab ich mein Verhältnis zu denen? Ne, das war's nicht. Oh. 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 So. Oh. 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 nicht nicht sonst Jetzt krieg ich das hier mal so. Ja. Den fangen wir weg. So, das glaube ich packen wir irgendwo woanders hin. Ja, das ist ja nehmlich. Weil da steht hier irgendwie im Weg. Ich hätte hier gerne hier noch ein paar Felder. Oh, hinten schließt sich an. Die brauchen wir alle nicht. Ja. So, das kann man wegschmeißen. Gut, hier ist noch Dingsbögen. Und zack. Vorbei. Stoppieren wir noch schön Teppich rein, damit der noch promptöser wird. Und dann aber den dunklen Teppich. So. 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 Malzeit. So. 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 Arra! Was will denn der hier? Dann machen wir das doch für Ben. Und Sid... Ne, hier ist das Viech. Maximal da. Oh, die ist schon 108 Jahre alt. Wieso schlägt die? Okay. Wer fliegt sich mit Tieren? Kann ich den hier sagen? König? Das ist Sidney. Und dann bauen wir noch mal ein Risch-Ding. Hier ist ein Tübert. So. Und dann bauen wir noch mal ein Risch-Ding. Hm. So, Sidney. Okay. Ich muss mich hier noch füttern. So, die Zimmer sind fertig. Wie viele haben wir noch? 250. Können wir noch eins machen. ein Risch. Das sind die? So, was wollen wir hier noch? Eine Schütze. Jej. Das war's. Ich... Ah, dann wollen wir noch das. Das ist die Überfluss. Ich werde mir noch mal ein Risch-Ding. So, dann bauen wir das mal ab, weil den brauchen wir nicht. Ja, wir tun wir links von uns hin. So, wir können die Dinge lassen. Wobei wir das können wir nicht lassen. Das lassen wir. mal so und dann Strom, 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 Strom da haben wir es so und dann okay okay wo ist das scheiß Shuttle mhm 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 ah da unten wobei es mich wohl soll hier gehen Shuttle ja jetzt brauchen wir noch einen Thron oh mein Gott mhm wo schläft denn zur Zeit wenn da ok ok ja kümmern uns dann um den Thron später wir machen erstmal das hier weiter ja 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 jetzt ja 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 das ist mir egal cool ok Hey, Stuttgart, 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 Stuttgart. Oh, das sehen wir jetzt ganz viel in die Situation heute. Okay. Okay. So, wie geht's meiner Schildkröte? Okay, die wurde gerade gefüttert, subi. Und du weißt was. Okay, der pufft. So, dann machen wir hier. Okay. Warte mal, machen wir. So. Okay. Und da pflanzen wir was an. Lass mal hier. Das mal, und jetzt sagen wir was wollen wir da. Ich könnte... Das ist ein Fasermais. Oh, die macht Holz. Okay. So. Jetzt lässt er was mal frei. Dann machen wir mal hier noch so ein Ding rein. Okay. 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 Boosh. Heißt du,stut. So, dann. Okay. 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 blub 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 so sparen ja ich hab Marmor blockiert durch Puppel David will sein Style geändert haben dann solls David sein Style ändern ok Frisur passt nisch der gibt hier so einen kleinen Topfschnitt aber ein Bart ja der kriegt so einen fiesen 80er Jahre Bösewicht Goaty mhm du das ist echt hässlich ok der kriegt den so Struktur was haben wir denn hier noch das ist ein ganz viel dann machen wir das auch beziehungsweise wir planen erstmal planen ähm genau ich will ein paar Batterien hier hin immer so ein zweier Block so ok so krasse Sandsteintüren so ja 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 neueres ein neues Bauprojekt gestartet Naja, gut, cool was ist mit dem hier, der muss noch ein bisschen so, was soll der machen Ups, packen wir dir das mal wieder ans Ende beziehungsweise, was kann der eigentlich, der kann pflanzen Handwerk, Medizin der macht ein Handwerker so, was ist das Arztbonich Handwerk wie ist das weiterarbeit Stufe 3 Stufe 3 Stufe 3 Stufe 3 ok der kann, hier wenn er lange will hat kann er das erfrischen so, wie sieht es hier mit dem Baum aus so 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 okay so 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 das Brinklis Städte Pflanzen steigern Sidney Adi verkackte Schildkröte wurde bereit schön 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 hier noch schon stein blöcke warum man hier das hier zu bauen So. Okay. Das können wir weiter. Und zwar um alles. So. Und dann bauen wir hier mal wieder an. Haben wir hier schon Minischweine irgendwo? Nö. Ist das ein Schwein schwanger? Nee, das ist ein Eber. Der kann nicht schwanger werden. Nee. Schade. Wo ist der? So. Und danach soll er das weiter machen. Kann ich eigentlich hier? Cool. Kann ich. Strom. Einmal so. Und einmal so. So. Dann brauchen wir jetzt hier die Batterien. Das nicht. So. Hm. Okay. Der schmeißt den Mist auch weg. Was macht der hier? Jetzt eine Stunde noch. Ich glaube ich kann den. Und jetzt möchte ich Toni wieder finden. Da ist Toni. Wieso, ey? Bleib doch mal stehen. Verkackter Toni. Kann ich den so hinstellen? Ja. Ausgezeichnet. Ah, fack ich dir doch das machen können. Ne, aber das ist nichts zu machen. Ich glaube, ich bin so hinstellen. Was zämmert. Ich komme die Scheine. Ich habe das mit dir. Ich kann mich nicht da. Ich bin so, wie ne denn's das alles? Nein, das weiß ich nicht. Wir haben, das mache ich nicht. Ich kann mich nicht. Das mache, das ist nichts. Ich bin so, dass ich ganz gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 k du solltest rennen sie werden die 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 Quitsch nie, oh. Ah, gut. Die schwarze Biene hat einen Schießraus. Nassau reicht sich. Jetzt nicht mehr. Es ist ein totes Nassau. Ok. So, dann machen wir nochmal ein guter Beispiel für die Sicherheit. Egal. Das haben wir nicht angenommen mit meinem Home-Zeugs. Wir haben Wolle, weiße... Kapselschwanke. Gelattes Leder. Dann machen wir hier was glattem Leder. So. So, das war es mal. Wir setzen durch Normalzone. Okay, was ist die Quest? Oh ne, den Zecken mag ich nicht weg. Ah! So, das machen wir mal weg. So, das machen wir mal weg. Wie fühlen wir aber auf? Oh, die Aufweizen, gut, gut. Und wir gehen mal weg. Und wir gehen mal weg. So. dann haben wir das das ist auch fertig dann bauen wir hier unseren Thronsaal das ist das Viech so, tragen wir das mal rein die auch so, dann haben wir Marmor dann kriegen wir wahrscheinlich das steht ja auch fertig wie geht es denn eigentlich Sydney da läuft Sydney rum ok, cool yay Machine Master oh oh, ein menschenjagendes Roden oh, von Katzen oh, das sind ganz schön viele Katzen hier solltet ihr zurückgehen, hier kommen Katzen oh, wie kriegen wir den denn jetzt Heizung wir müssen Davis retten wir müssen uns retten wie geht es denn eigentlich oh, so rechter Finger abgeschnitten ok, uh, linkes Auge quetschen aber mit einer Angst bis noch so, Ben, wir müssen dich retten Rette Davis oh, können wir die alle einsammeln jetzt läuft der schon wieder oh, da macht mich fertig der Typ könnte sie auch auf den Boden gehen, der ein bisschen schneller ist das ist aber nie, muss sie da ja, die Kacke blut mir alles voll ok so, die Attacke ist durch dann drehen wir das hier auch weg dann denke ich mal ich mach Schluss für heute wie lange dauert das noch? ja dann bedanke ich mich vielmals wieder fürs Zuschauen wünsche euch einen schönen Tag bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen auf Wiedersehen auf Wiedersehen Vielen Dank.